Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kunden, liebe Partner, aber auch liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Timo Berger und ich stehen hier so ein bisschen improvisiert und ratlos, weil wir gestern die Nürnberger Messe abgesagt haben, unsere Teilnahme und das irgendwie noch verarbeiten müssen. Was sich letzte Woche schon angebahnt hat mit den steigenden Corona-Zahlen, den vielen Konferenzen in Berlin und auf Landesebene und dem Katastrophenfall in Bayern, der dann vom deutigen Ministerpräsidenten ausgerufen wurde, hat bei uns am Donnerstag, Freitag zu vielen Diskussionen geführt. Und gestern haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir in Nürnberg nicht dabei sein werden. Wir müssen uns, unsere Kunden, Partner, unsere Mitarbeiter schützen. Sicherheit geht vor. Und so stehen wir jetzt hier und wollen einmal für Verständnis werben natürlich, aber sie zum anderen auch einladen, digital mit uns in Kontakt zu treten. So, dass wir ihnen die vielen Neuheiten, Timo, auf die wir uns wirklich gefreut hatten, dann auf dem Wege zukommen lassen können. Ja, und das fällt uns ja gar nicht so schwer, weil wir die Messe von Anfang an als hybriden Ansatz gewählt haben, um einfach auch alle Partner und Kunden bei dieser Messe erreichen zu können. Und im Rahmen der neuen Voraussetzungen nutzen wir das jetzt natürlich, um komplett digital, wie gewohnt, perfekte Informationen zu liefern, ins Gespräch zu kommen, in den Kontakt zu kommen und den digitalen Kanal so wieder perfekt zu nutzen. Und das tun wir natürlich, weil wir überzeugt sind, dass wir wieder sehr interessante Lösungen und Neuigkeiten auch auf dieser Messe präsentieren werden. Und Volker, ich denke, das erste und eins der wichtigsten Themen ist sicherlich das Thema IoT. Ja, wir werden in Nürnberg, nee, ich muss mich jetzt korrigieren, wir hätten in Nürnberg die Easy Connect Plattform gezeigt. Wir haben uns alle riesig gefreut auf Sie, auf die Präsentation dieser industriellen Service-Plattform, dieser IoT-Plattform, wo wir mit unserem UMation-Portfolio Möglichkeiten haben, jetzt IoT-fähig auch ganzheitliche Lösungen anzubieten. Dazu passt, dass die Weidmüller GTI-Software neue Produkte zeigt, auch dort in das Zeitalter IoT eintritt und wir im Prinzip mit webbasierter Technologie die Open-Source-Code-frei Lösungen anbieten für IoT-fähige Datenverarbeitung und Datenanalyse. Tim, aber auch im Bereich Connectivity sind wir unterwegs. Absolut. Also im Bereich Smart Industrial Connectivity werden wir nicht weniger als die Zukunft der Clip-on-Connect-Reihenklemme zeigen. Das ist wirklich das nächste Kapitel im Bereich der Anschlusstechnik in der Reihenklemme, was wir hier jetzt im digitalen Format präsentieren werden. Natürlich in Verbindung mit unseren Workplace Solutions den Möglichkeiten für unsere Kunden, den Einsatz unserer Produkte effizienter zu gestalten und Produktivität zu steigern. Wir haben OmniMate 4.0 im Köcher. Hier geht es um die Next Generation der Leiterplattenanschlusstechnik. Natürlich auch mit maximaler Effizienz im Gerätedesign. Und last but not least geht natürlich das Thema Single-Pair Ethernet weiter. Und wir zeigen hier, wie auch auf den letzten Messen, allerdings jetzt neue Anwendungsfälle und Vorteile für die nächste industrielle Kommunikation. Und last but not least, Volker, das Thema neue Energien. Ja, ich hätte hier noch mehr Dinge auf meinem Zettel. Also wie Timo sagt, neue Energien. Wir arbeiten in Richtung Wasserstoff, Wind, PV. Wir haben einiges zu bieten für die Elektromobilität. Es sind immer die Überschriften, die uns da wieder zusammenbringen. Smart Industrial Connectivity und Digitalisierung. Und hier lassen wir es mal gut sein. Wir möchten Sie herzlich einladen, wirklich uns digital aufzusuchen, mit uns diese Messe dann doch in irgendeiner Form auch wirklich erfolgreich zu absolvieren. Wir knabbern noch so ein bisschen dran. Ich persönlich kann das von mir sagen, dass es jetzt doch nicht nach Nürnberg geht. Das war immer so drei Tage Party im letzten Jahr ausgefallen. Dieses Jahr haben wir gesagt, wir kriegen das hin, wir haben es nicht hinbekommen. Wir wünschen uns jetzt alle, dass das Ganze irgendwie im Winter einen guten Verlauf nimmt mit Corona. Im Moment sieht es nicht so aus, wenn Sie sich die Zahlen angucken. Aber lassen Sie uns daran arbeiten, alle miteinander. Wir tun das auch intern hier bei Weidmöller natürlich. Wir werben wirklich für alles, was da getan werden kann, dass wir diese Pandemie hinter uns lassen, Timo. An dieser Stelle sicherlich auch nochmal der Dank an alle Kolleginnen und Kollegen bei uns, die sich natürlich mit riesiger Vorfreude auf dieses Event vorbereitet haben. Nichtsdestotrotz werden jetzt alle unsere Mitarbeiter auch ihre Energie in den digitalen Weg stecken. Wir werden digital wieder zusammenkommen und wir freuen uns riesig drauf, auch wenn es nicht vor Ort in Nürnberg auf der SPS sein kann, im Digitalen, im Virtuellen mit Ihnen in den Kontakt zu kommen und freuen uns auf trotz alledem eine riesige Messe zusammen. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Sie spüren die Energie im Vertrieb. Ich auf der Produktseite bin ein bisschen traurig. Ich mag auf einer Messe gern auch die Dinge anfassen, in die Hand nehmen. Aber wir werden das gemeinsam schaffen. Ganz lieben Dank, herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen und es wird so oder so eine spannende Veranstaltung für uns alle. Dankeschön. Bis zur nächsten Woche.